Schutzpatron eines schweren Jahrhunderts. Der heilige Maximilian Kolbe wurde im typischen Milieu der Arbeiterstädte vom Ende des 19. Jahrhunderts geboren und erzogen. Wo immer er wohnte, in Zduinskawola, Rutsch oder Papianitze, überall gab es Fabriken, graue, hastig erbaute, einfache Häuser und regellos angelegte Straßen. Reichtum erwuchs hier neben Armut und Elend. Die Arbeiter machten immer kühner ihre Rechte geltend. Sie verlangten soziale Gerechtigkeit und ein unabhängiges Vaterland. Die Eltern des heiligen Maximilian, Julius Kolbe und seine Frau Maria, eine geborene Dombrovska, gehörten zu diesen Arbeitern. Von Beruf waren sie Weber. Am längsten waren sie in der Fabrik von Kruse Ender in Papianitze beschäftigt. Glücklich ist, wem Uneigennützigkeit zuteil wird. Und Raimund hatte dieses Glück. Apotheker Kotowski und Priester Jakowski ermöglichten es ihm, sich auf das Gymnasium vorzubereiten. 1904 bestand er die Aufnahmeprüfung des Handelsgymnasiums in Papianitze. Dort war er Zeuge eines großen Ereignisses. Vom 7. Februar bis zum 8. März 1905 verlangten Schüler und Lehrer im Rahmen eines Streiks die Zulassung des Polnischen als Unterricht sprach. Im selben Jahr zogen streikende Arbeiter durch die Straßen von Papianitze. Sie forderten Gerechtigkeit, soziale Gleichstellung und nationale Freiheit. Am 16. Oktober 1917 gründet Pater Maximilian gemeinsam mit sechs Klerikern des Franziskaner Ordens die religiöse Gemeinschaft Ritterschaft der unbefleckten Jungfrau. Ihr Ziel ist es, mit Hilfe der Jungfrau Maria die ganze Welt zu bekehren und zu läutern. In ihrer Tätigkeit sollen neue Mittel und Methoden genutzt werden. Im Januar 1922 beginnt Pater Maximilian die Monatsschrift der Ritter der Unbefleckten herauszugeben. Es ist die Zeit der Wirtschaftskrise. Das Geld für den Druck erbettelt er auf den Straßen Krakaus. Doch die Straße gibt nicht so viel her, wie gebraucht wird. Den fehlenden Betrag findet er auf dem Altar der Jungfrau der Unbefleckten Empfängnis. Dieses Ereignis fasst er als eindeutiges Zeichen für die Fürsorge der Jungfrau Maria für das neue Vorhaben auf. Stets wird er ihr, an die sich die Menschen seit Jahrhunderten um Hilfe wenden, grenzenlos vertrauen. Der Preis für seinen selbstlosen und unermüdlichen Einsatz im Dienste Mariens ist eine ausbrechende Tuberkulose. Die Vorgesetzten schicken ihn zu einer siebenmonatigen Kur nach Sakopane. In allen Fragen wird er von seinem Bruder, Pater Alfons Kolbe, vertreten. Von der Kur kehrt er mit dem ärztlichen Befund zurück, dass er in Zukunft mit nur einem Lungenflügel leben wird. Das alte Kloster in Grottner erweist sich als zu klein für das neue Werk. Pater Maximilian und Pater Alfons suchen eine neue Behausung. Da sich ihr Wirkungskreis auf ganz Polen ausdehnen soll, suchen sie einen Verlagsort in Zentralpolen. Für große Vorhaben öffnet Gott das Herz der Reichen. Fürst Jan Drutzki-Lubecki stiftet Fünfmorgenland von seinem Gut in der Nähe Warsch aus. Dieser Stiftung folgen andere. Zum größten Geschenk wird die Unterstützung der örtlichen Bevölkerung. So wie mittelalterliche Klöster und gotische Gotteshäuser im Kreis Sokatschew durch die gemeinsame Arbeit von Ordensbrüdern und Einwohnerschaft entstanden sind, wächst nun das neue Kloster als Verlag der Unbefleckten empor.